ja ich bin jetzt in zimmer 124 im jugendhaus schliersee und zwar josefsthal heißt dieses jugendhaus von der erzdiözese münchen freising schliersee neuhaus ist die adresse ich bin jetzt in zimmer 124 und ja will ich mal mein zimmer zeigen boden sehr schön hier ein einzelzimmer ich schlafe hier alleine hier eine kleine kommunikations ecke die heizung telefon drauf es gibt keinen fernseher und hier schauen wir mal zum fenster aus theoretisch ist hier richtig schön wenn nicht so viel schnee wäre ich habe einen balkon oder einen kleinen balkon leute sind sehr sehr bemüht hier sehr sehr fein die anderen zimmer sind natürlich wie es in allen jugendhauses mehr bett zimmer ich habe hier das quasi lehrer zimmer hier ist die ablage für den koffer das ist der schrank die kleidermügel befestigt und relativ weit oben das finde ich interessant noch eine zusätzliche decke tersor sehe ich hier kein vielleicht kommt noch einer raus gehe mal ins badezimmer in die toilette toilette da dusche da keinerlei shampoo und solche sachen da hier bin ich selber hallo mit konzela t-shirt jawohl also man muss alles selber mitbringen und kennen wir von diesen glühen gästehäusern die ja auch melder schau ich mal kurz ist mein bett gemacht ja ich muss sogar mein bett nicht machen also ich habe ein glück und muss mein bett nicht machen und das ist das jugendhaus joseftal in schliersee neuhaus es gibt wlan es gibt wlan hier im hause über die stärke kann ich nichts sagen man muss sich ein voucher kaufen an der rezeption und ja warte mal kurz ab ich darf hier ein paar tage nächtigen